Juhu, duke. Alles düster. Öffnen. Okay, bin ich hier. Was ist das hier? Das ist ein Paket sammeln. Kann ich mich irgendwo reinschleichen? Geh in den Raum rechts von dir. Dann hast du Fettler unter Vorsprung entlang. Gute Hörer. Ähm... Blöd. Ich will... Auswärmen. Alles weg durch. Ich will... Ah, cool. Achso, jetzt verstehe ich langsam. Okay. Das war natürlich blöd. Hey, ich brauche Hilfe bei der Suche. Da drüben. Schüsse. Nein, nein. Alles cool. Ach, der scheiß Licht jetzt aus. Ja, ich verkehrt. Schöne, nicht. Ecke in den Gegens. Wo kommst du denn her? Alter Schwede. Meine Fresse. Dann wäre gar nichts anderes übrig. Nachladen. Nett. Nett. Schließen. Sehr nett. Und jetzt... Aufbrechen. Nee, nee, nee. Das hat wirklich keinen Sinn. Also eigentlich versuche ich das alles relativ ruhig zu machen. Ah, scheiße da. Aber es geht halt nicht immer. Zumindest müssen wir verletzt bleiben. Kein Problem, Digga. Zieh mir das denn. Hör mal, Hör es da. Hör mal, Hör es da. Ich glaube, ich kann mich hier... ...Gänzenruhe fortbewegen. EMP. Haftschocker. Das ist vielleicht besser zu brauchen. Los, komm. Komm her. Wir müssen warten, also... Wir müssen warten, also... Tschö. Also in dieser Position jetzt anzugreifen wäre blöd, wenn der gerade mit dem Rücken zu uns gewesen wäre, noch okay. Aber er muss noch ein bisschen näher. Na los, komm hier ins Fenster. Ach, dann nicht. Okay, wir machen das so. Das ist halt so, Kollege. Mit deinem Scheiß-Körper. Und Scheiß. Danke, schließen. Du sollst das Scheiß-Fenster schließen. Geht doch. Scheiter beträgen. So, ich sehe ein Gegner. Ich sehe ein Gegner. Komm her, komm her. Komm her, komm her. Komm her. Ja, die Lampe ist kaputt. Musst ein Techniker war eine kaputte Birne. Nein. Kannst du mich verarschen, jetzt? Puh. Ich könnte die jetzt umgehen. Kannst du dich umgehen? Kannst du dich umgehen? Nein, ich kann sie nicht umgehen. Perfekt. Rauchkanate. Komm. Rauchkanate! Das war eigentlich so nicht geplant. Ich wollte Dylans wechseln. Okay. die das nicht die Köln im Zettel den Weg wird diese Waffe und den auf die Sünder die Sünder die immer diese komische Sicht hier keine ahnung gesperrt die spur von der kontaktperson verstanden hier ist alles okay Das war knapp! Das war zu knapp! Was für ein Bullshit! Das war knapp! Absolut! Hör doch! Ei, 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 ei! Ich bin ja überhaupt nicht gut in diesem Spiel! Ok, komm, den Körper lassen wir jetzt mal liegen. Hier aufbrechen. Fühlt sich. Eieieiei, was ist denn jetzt los hier? Retten. Vor allem jetzt steh wieder. Kamerascheiße hier. Sondern hier. Cool. Privatsphäre und so, ne? So, können wir hier die Tür aufzumachen. Sicher ist sicher. Müssen wir mal gucken, weil man weiß, was hier so alles versteckt ist. Perfekto. Ok, gibt es noch was hier? Nein. Dann schließen wir die Tür. Das sind ja nette Leute. Ah, jetzt schließen. So. Jetzt hatten wir dich. Gute Arbeit, Paket gesichert. Verstanden. Falscher Mann. Du hattest bestätigt, dass Kobin hier ist, Brace. Körperbau, Position. Ich hatte vermutet... Du hast nichts zu vermuten, während ich im Einsatz bin. Ben, was ist los? Deine Kontaktperson hat's erwischt. Weitere Milizen nähern sich. Du musst sofort verschwinden. Ok, alle Optionen, und zwar vorgestern. Sekunde. Oh ja, das ist was für mich. Verbind das Telefon mit dem Offset. Ich hack das Billigteil in null Komma nichts. Ok, Charlie, ist verbunden. Ok, ja, ja. Na komm schon, Charlie. Erledigt. Wow, da sind vielleicht abgefahrene Pornos drin. Wir suchen nach einem Ort. Richtig. Verfolger Anruf. Übertrage Ursprungsort aufs Offset. Wow, gar nicht gut. Ist ne Polizeistation. Riggs, klar machen für Evakuierung. Ja, verstanden. Transporter setzt Truppen ab. Es sind etwa ein Dutzend. Brücke vor. Kriegst Feuerstatt. Ich hab eine Blaupause der Polizeistation besorgt. Klingt nicht gut aus. Milizen haben sie übernommen und befestigt. Negativ. Corbin ist unsere Spur zu den Hintermännern von Blacklist. Wir gehen nicht ohne ihn. Geh weiter. Ich lenke ihr Feuer auf mich. Riggs, du kannst nicht alles stoppen. Positionswechsel. Bestätigt. Ich rücke ab. Ich rücke dein Schreis. Ich rücke dein Schreis. Das ist entscheidend. Wie geht er los? Es ist nicht nur noch hier. Ich rücke. ein bisschen ruhiger machen wie es eigentlich das Spiel so vorgesehen hat aber es geht gerade wirklich nicht anders Leute schicke sie eine Abkürzung zur Polizeistation auf dein Offset verstanden mal ein bisschen aufhören hier geht nicht scheiße das ist unser Kollege egal war zur falschen Zeit am falschen Ort und zwar alle verteilen 5 und so ein hier in der Nähe Nein, das sollte jetzt nicht passieren.